herzlich willkommen zurück zur weiteren auf folge von dem hier ich werde aber jetzt bevor wir hier unten weitermachen doch gerne erst mal um die baumfarm einfach damit wir hier nicht irgendwelche sachen haben die hier reingezogen werden wobei das ding auch schon limitiert die vakuum typ ach ja wir die haben halt schon deaktiviert das ist schon gar nicht mehr da war ja was ich fühle mich verarscht ist doch gerade zack ich fülle auf die dinge wieder super schnell auch wenn ich auch was nicht werkzeuge drinnen jetzt sind wir auch schon folgen werkzeug verdammt habe ich jetzt 1000 extra also nicht die feiner art wasser klingt immer wie aus dem rambo film ich weiß nicht ob da manchmal einfach die audiodateien einfach abgespielt wird kann sogar sein so ich hatte jetzt hier eine wunderschöne axt dann kann ich doch gleich mal damit die baum verliegen danke das ist ja normal gib mir meine blätter du arsch so dass ich jetzt hier einfach mal noch mal ganz normal ein baum so ungefähr so die küsse leute ich muss jetzt auch einfach mal stehen weißt du was darum kümmern wir uns später apfel blüten blätter die sachen packe ich unten rein ok das ist das gerade wobei halt hier vorne würde ich keinen baum haben ich will hier schon eine sicht auf das mehr wollte ich gerade sagen habe ich so eine brücke leck mich doch scheiß auf brücken weg 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 das ist schon mal gut wobei technische sachen wir noch hier gehabt warum bist du denn hier drin das ist schon mal wieder raus kommt wer ganz über eine mese chest hat die denn so eine sache also ja aber die kohlen die tiert gekennzeichnis hat hier funktion mese ist doch ach nee mese wird ja okay mese ist etwas anderes hatten hat mit den kippen hat nichts zu tun weil eben die sind alle von der technik smart und die ist aber von einem mese konsum hat nichts gesagt dass ich muss noch raus also die ergeben das ging dann auch raus das kommt alles hier mit rein die frage ist das wird wahrscheinlich funktionieren kann man eigentlich brauche ich das gar nicht probieren weil ich genau weiß dass es nicht funktionieren wird und zwar die kippt kann man ja durch diese eine mod durch die connected chest mod oder large chest weiß ich gar nicht mehr glaube connected chest mod kann ich die ja zu einer großen küste machen bei den technik mod chest wird es aber nicht funktionieren ich meine die möglichkeit wäre da dass die technik mod von sich aus so ein feature auch implementiert weil die connected chest mod macht sowas auf jeden fall nicht weil die kennt die kiste nicht mal so die kennt die normalen kisten kisten aber kisten aber nicht ich will dafür jetzt nicht und das wird nicht funktionieren von daher kr thì ohne gruppieren du kannst mich auch da es ist nicht sophisticated nicht teilen kisten kann kann man nur zu platzieren naja ok wo wir jetzt wagen wollten weitermachen so und hier ist nämlich die frage was kommt als warum ich die blätter schon drinnen spaß als nächstes kommt denn ja jetzt eigentlich bloß dass die sachen da oben rein sortiert werden ach nee halt autocrifting fehlt ja noch das crafting daraus blöcke zu machen das ist ja auch noch etwas was gemacht werden muss so das heißt dort bräuchten wir dadurch dass die ginger jedoch relativ groß sind oder wir machen das hier auf einer zweiten ebene das geht auch ich würde mal fast sagen ja es macht eigentlich sehr auf der zweiten e-mail zu machen gut das heißt die kiste hier muss weg ist sie leer und ist natürlich überhaupt nicht leer schnell scheiße ich bin zu lange ab hier verflute scheiß geht doch alter dieser druck immer so und bitte einmal alles nach genau schwarz erst mal ist noch schwarz so wie es am dümmsten wohl hier gilt jetzt wieder dass wir hier viele sachen raus wobei die müssen eigentlich auch hier wieder nur zwölf wir müssen ja hier nur die ganzen barren raussortieren was heißt hier reichen wieder zwei ausgänge ich war der jahr dafür da rein so tubs das heißt wir können jetzt hier einmal so einmal so und hier einmal so machen und dann können wir hier nach oben gehen auf eine schöne ampel so alles nach grün und hier ist ein grün und rot die ganzen dinge aber die lasse ich erst mal raus wobei wir können eigentlich schon rein machen wir müssen die gerne nur noch nicht aktiv also das ist ja alles durcheinander verdammt mit einfach war es denn zuerst war zink dann groß weil sie nicht mehr weiter zehn chrome ach schon eisen und dann genau so dann kommt eisen dann kommt liegt dann geht wohl mit zinn weiter genau dann kam zinn chrom kupfer das halten was fehlt ja noch irgendwas sollte noch sind zinkrom led das sind kann man auch noch was anderes genau dazu muss erstmal chrome kommen was sind chrome alle silber kommt danach genau silber kommt danach oder ja genau silber und dann ging es weiter mit dem zeug hier so und so wie war es eigentlich eigentlich als unnötig aber wie sagt das auge ist mit von daher machen wir es hier auch mal das ist das schon wieder was naja das hier was hat die dinge dann später muss noch aktivieren und dann fällig nämlich mal die dinge noch mal raus dann machen wir hier in der richtigen reihenfolge achte ich mich ich habe gar nicht alle drei war flut da scheiße so jetzt die frage wir könnten eigentlich direkt auf der ebene wo die fackeln jetzt gerade sind wird wirklich aber das ist kein problem wie wichtig dass die fackeln immer genau da sind für die dinger sind komme ich hier besser an na gut ich kann es hier nicht die wiese wie soll lieber ein bisschen gerne weiterhin die ecke machen einfach heute die ecke so scheiße dunkel immer ist so wie wahrscheinlich besser aus was eigentlich hier los alter die fackeln sie sich die all over the place holy shit ok 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 leider jetzt geht alles geht jetzt hier in das rohr rein das heißt müssen wir hier bloß immer drei sachen raus fischen die wir dann mit diesen mit so einem ding da abarbeiten ja das ist doch cool das ist doch genial holy shit äh genau die sachen sind wirklich noch üblich das heißt wir müssen dreimal rausfiltern und dann einfach den rest wow das ist so genial why ist das so das ist cool okay das heißt wir gehen jetzt hier aber ich möchte ich möchte ich möchte einfach kurz an zeichnen haben wir denn dort i need some dirt in my crib ah ne ja wenn wir dort haben dann halt unten das blöde bei drei etagen es gibt kein unten und oben mehr sondern jetzt noch in der mitte und da weiß man die wo man eigentlich hin möchte so ist das bei mir so so wenn wir jetzt 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 das würde sogar genau funktionieren da würde ich nämlich die dinge auch noch nach oben verschieben dass ich hier quasi nicht nach vorne rausgehe sondern nach oben rausgehe versteht er wie ich meine aber hier oben eine saubere reihe wo alles gecraftet wird das doch genial wow ja das ist sowas von genial ich liebe es so das heißt wir brauchen sortigen typ immer in der mitte von diesen dreier blöcken also ungefähr da 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 so hier geht es nämlich nach ach so jetzt natürlich das kabel dann müssen wir das da vorne lang verlegen ungefähr so wir müssen sowieso nur gucken weil wir müssen mit dem diese konnte auch dann auch hoch weil ja oben die dinger hier alle sind da sind dann auch noch ein bisschen spaßig jetzt ist jetzt natürlich schon was ich das darf drin ist aber egal ich halte den jetzt mal wieder aus hey junge ich will ich will den hitboxes aus die müssen nach grün cool ich kann sie sogar bewegen obwohl ich eigentlich gar nicht habe ich dachte den moment wo ich die anfassen verschieben sie einfach automatisch soll soll die dinger nach grün hier muss erstmal alles raus alles raus halt verdammt alles raus so so hier ist immer noch dunkel glaube ich muss immer noch vergesenzen habe ich hier habe ich hier aber noch 20.000 fackeln die zu viel sind ich werde mal die hier und jetzt die mal hier oder schon besser so die dinger müssen jetzt ab jetzt müssen die dinge miteinander quer verbunden werden ungefähr so ungefähr so ungefähr so und ungefähr genau so und hier geht es denn jetzt immer einmal raus sorting tube und an der sorting tube kommen dann auch wieder zwei dinge ran genau so einmal raus sorting tube und zweimal raus der kommt noch hier der kommt noch hier so also übrigens will ich wissen wenn ihr hier an diesem sorting dinge türpfern machen wollt mit rechts klickt er nicht weil konnte sie hat das menü einfach die schleich taste drücken wenn ihr die schleich taste drückt könnt ihr ran bauen ja so dann hätten wir das schon mal genau genau ich muss jetzt direkt den dinge ran so so voila hoi 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 okay jetzt kommt da vorne die dinge ran so die dinge ran zu platzieren wird das schwierig oh ne auch das geht mit der streichtaste erschreckend gut herrlich findet ihr einer achso weil wir noch mehr gebraucht haben als sonst na gut dann müssen wir wohl noch mal ein baum oder wir haben auch noch welche wir haben keine mehr wir haben keine mehr so schauen wir injektor doch das geht ja das ist ja das ist machbar äh lasst mich raten wir haben ganze mesecon ausgepackt ne ja haben wir scheiß jemand an dankeschön fürs gute mesecon achso eisen machen wir auch gleich eisen baren leben länger ich hab jetzt nicht das rum alter was denn da los alter ist doch kacke scheiß werbung äh papier haben wir achso was ist überhaupt papier ne ne grundstoff und das haben wir auf jeden fall massig hier drinnen wir müssen mal ausmisten alter wir haben hier so viel scheiße drinnen na egal kann das mal so bleiben als hier was ich kann gleich mal hier was essen und alles ich mach mal so acht sollten reich auf jeden fall guck mal lieber noch hier da brauchen wir so eine dinger ich finde ich bin aber ich habe überlegen ob und wenn ja wo wir die dinger einsetzen weil aktuell macht viel mit der anlage nirgendwo sinn das macht aktuell eigentlich nirgendwo sinn ich meine würde dafür sorgen dass die dinger ein bisschen besser ausgelastet sind aber ja wieso geht der dann vorbei achso gut jetzt kann man weil er gerade ausgelastet war ausgelastet war ich guck mal, der hat gerade nicht gearbeitet und trotzdem liegt der einfach dran vorbei kann es sein, dass sich gar nichts, weil normalerweise ist es ja so, dass wenn die dinger leer sind, die automatisch reingezogen wird oder nicht, das nächste ach so, gut, als wenn auch mal immer zwei sachen genommen, ja stimmt, als wenn immer zwei items genommen egal, fakt ist auf jeden fall, man sieht, die kiste hier ist leer, das heißt, das ding hier arbeitet definitiv schnell genug, von daher brauchen wir hier keinen, keinen, keinen stackwise injektor, hinten genauso, also das ist, wir gucken, ob wir hier das ding, wobei hier wahrscheinlich das ding zu langsam ist, kann das sein, ja, warum ist der v-ofen so langsam oder ist es schon wieder irgendwie ein problem mit der spannungsversorgung, weil die dinger sind doch normalerweise viel schneller oder manche items brauchen einfach sehr lange na gut, was soll's, also die kiste hier könnte wirklich irgendwann voll werden, wie es aussieht, aber ich hätte das schon gut gefüllt, gut, ich habe jetzt auch manuell sachen rein geschäft in das system hier, ne, aber trotzdem so, hier oben haben wir jetzt ähm, achso, genau, ich will, ich will noch ein paar, paar von der sind ja danke, danke und danke, so, ähm, was wir hier, würde ich gerne wieder mit diesen komischen blockdingern arbeiten ach da haben wir hier so genau so weil wir können hier auch wieder einfach diese komische shorting tubs nehmen die einfach immer nur in eine richtung gehen könnten wir auch machen aber die müssen wir wieder alle konfigurieren dass wir in eine richtung gehen weil das vielleicht trotzdem besser wäre ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ich las das erst mal so so sollte es ja funktionieren ja doch sollte so funktionieren so wie man kann es ganz kurz hier aus dort mit der bauleiter bauen ja aber der war irgendwie so somit ich raufkomme jetzt so kann ich die sache konnte besser konfigurieren das heißt wir brauchen erstmal einmal alles was geht ich habe zu wenig platz im herren so alle erfangen wir wieder hier mit den sachen an die da vorne sind einfach das schon mal hier wie wir noch mal kohle hier noch ein bisschen kohle aber auch ein bisschen kohle aber keine hat hier ok tropfen jetzt die menge wird noch jetzt nicht mehr diamanten ich dachte gerade wir brauchen nicht hier um die dinger zu konfigurieren brauchen wir neuen diamanten aber brauchen wir ja gar nicht das ist ja bloß symbolik hoho alter jump in one hier voll alter wow so da unten das ding hat man bereits konfiguriert das heißt bei weiß kommt diamant bei rot kommt mese und bei schwarz kommt das zeug was auch immer das ist so geht das blöd so haben wir das ach ja wir müssen uns hier oben einschalten hat doch komplett vergessen gehabt lol hier oben will ich auch noch mal umarbeiten aber das funktioniert das müsste erstmal so funktionieren ähm ähm und einschalten ich dachte so lange wie die dinge aus sind ist es hier gesperrt oder sowas aber wenn man das eben manipuliert wozu ist der schalter da warum sollte man die dinge ausschalten wollen naja irgendein grundfunktion haben so und einschalten yeah so gucken wir mal kurz ob wir hier noch irgendwelches zeug haben diamanten oder so äh nö ganz gut gut alles gut dann ähm kommen wir jetzt hier können wir jetzt die dinge hier an so auch die richtige reihenfolge also alle er singt dann kommt schon wieder welche machen drinnen die meine ordnung verstorben so als nächstes zink rom wieder halten hier ist das schlimmer als ob die den ting so zinn und silber als nächstes dann genau zinn silber kupfer das das und das mit der reihenfolge kann man jetzt hier oben ein links ich würde aber tatsächlich von links anfangen macht keinen sinn ist aber schön so das heißt hier brauchen wir jetzt aktivieren so arbeitssicherheit wird bei uns groß geschrieben baukaufste sind runterfallsicher so aktiviert habe ich hier alle aktiviert ausreichender weise ja respekt so hier kommt jetzt das und das pack ich mal noch unten damit ich weiß dass ich die dinge bereits habe das ist ja schlimm aber ich werde ich bald brauchen so okay so sagen wir hier schon mal die drei das heißt hier kommt dann das ist ja noch weiß-rot-schwarz ne weiß-rot-schwarz aus 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 okay sieht gut aus genau so er sollte das hier alles funktionieren so okay So. Okidoki. Achso, die Dinge hinten habe ich auch richtig konfiguriert, ne? Rot und Weiß, genau. So, hier nehme ich das Gleiche. So. Weiß, Rot, Schwarz. Oh, man, bin ich gespannt, ob die andere funktioniert. Das funktioniert, alles viel zu gut hier. Das kann doch nur in einer Totalkatastrophe enden. Oder? Seid doch mal ehrlich. Zinn, Silber, Kupfer. Zinn, Silber, Kupfer. Zinn, Silber, Kupfer. Alles richtig. Ah, nee, halt hier. Wie gesagt, ist eigentlich nicht wichtig, aber das Auge ist halt schon mit. Von daher habe ich das Ding auch gemacht. Ja. So. Weiß, Rot, Schwarz. Aktivieren. 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 Okidoki, da habe ich die Anlage. Die Anlage ist fertig, die Anlage funktioniert. Holy Shit. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht, die Dinge zu aktivieren. Gut, machen wir nächste Folge. Und dann, oh, dann wird es aber Testfahrt. Gut, bis dann.